So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo und zwar ist ja die SL1 jetzt vorbei und ja, das ganze würde ich zelebrieren. Ich habe hier ein paar Souvenirpäckchen, ein ganzes habe ich bekommen, Overpass, den Rest habe ich mir eben zusammengekauft günstig und da würde ich gerne am Freitag im Livestream ein kleines Opening machen. So, da werde ich da die ganzen Souvenirpäckchen hier öffnen, sind drei Overpass dabei, wo man die Knight bekommen kann und einmal ist auch die Cobblestone dabei, wo die Dragonlord dabei ist, die werde ich alle öffnen und dann gucken wir mal, was wir rausfinden, vielleicht kommt ja das eine oder andere Giveaway raus, was ich da nächste Woche raushauen kann. Jo, wir können ja natürlich auch gemeinsam ein bisschen über die SL quatschen, was ihr so davon haltet, was ihr vielleicht für Drops bekommen habt oder sonst was euch so bewegt. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, gebt mit Sicherheit auch wieder einiges an Giveaway, was ich raushauen werde. Jo, und das will ich gerade nicht mehr so lange machen, circa 20 Uhr denke ich mal, werden wir wieder anfangen, 20, 21 Uhr, wie immer eben. Könnt mir schon mal auf twitch-hangemau-lp folgen, Link findet ihr auch in der Videodescription. Jo, dann sage ich mal, ich hoffe, ihr freut euch drauf, ich freue mich riesig drauf, ich hoffe, ihr seid dabei. Gebt dem Video doch einen Daumen hoch und schreibt doch in die Kommentare, ob ihr dabei seid oder nicht. Jo, dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, ciao.